Hallo Potros-Fan, wenn du keine Neuigkeiten des Borussia Mönchengladbach verpassen möchtest, abonniere diesen Kanal jetzt, denn wir bringen immer brandaktuelle Neuigkeiten aus Gladbach. Mit der bevorstehenden Abreise von Stindl sucht Borussia Mönchengladbach nach einem adäquaten Ersatz und Quateng könnte das fehlende Teil im Puzzle der Mannschaft sein. Der Spieler hat sich durch seine Vielseitigkeit auf dem Feld hervorgetan, er kann auf mehreren Positionen spielen und stellt eine ständige Bedrohung für das gegnerische Tor dar. Vergiss nicht, das Video zu leaken, denn es ist sehr wichtig, damit du hier keine Neuigkeiten des Gladbach verpasst. Danke! Weiter geht's! Nach neuesten Informationen hat Borussia Mönchengladbach auch das Potenzial des Spielers Quasi-Ocure-Writ in Bezug auf die Torgefahr im Blick. Die Verantwortlichen des deutschen Teams erwägen den Spieler von Magdeburg als möglichen Kandidaten, um die Lücke zu füllen, die Lars Stindl hinterlässt, der zum Karlsruher SC wechselt. Quasi-Ocure-Writ oder einfach Quateng ist 25 Jahre alt und ein Spätstarter-Spieler. Nach einer wenig erfolgreichen Zeit beim Hamburger SV war er von Juli 2021 bis Januar 2022 arbeitslos. Nach seinem Beitritt zu Magdeburg zeigte Quateng jedoch sein Potenzial und trug mit zwei Toren und drei Vorlagen zu seinen letzten fünf offiziellen Spielen bei. Und was denkst du, lieber Fan? Möchtest du Quateng im Borussia-Trikot sehen? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen, denn das ist sehr wichtig für die Potos. Bleib dran für weitere Neuigkeiten. Lass uns die Putten. Lass uns die